Die Bergisch Classics des Reitvereins Hepponnerhof bieten jährlich sechs Tage hochkarätigen Tressur und Springsport in Bergisch Gladbach. Top-Bedingungen für Pferd und Reiter. Jedes Jahr sind ca. 700 Amateur- und Profisportler mit ca. 1000 jungen und erfahrenen Pferden am Start. An sechs Turniertagen zeigen ca. 7000 Zuschauer und Reiter große Leidenschaft, viele Emotionen und eine starke Begeisterung. Kinderschminken, Ponyreiten, Shows unter Flutlicht und die Geselligkeit machen die Bergisch Classics zu einem besonderen Event. 200 ehrenamtliche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Verschiedene Shops und gehobenes Niveau im Food- und Beverage-Bereich. Sponsoring der Veranstaltung und zahlreiche Werbemöglichkeiten sind umfangreich darstellbar.